Das ist Bea Bucher. Sie überzeugt sich gerade von den neuen Handyabonnementen NATEL Office, Standard und Advanced. Diese bringen viele Vorteile. Jetzt mehr drin für KMU. Neu ist zum Beispiel der Stundentarif auf alle Netze. Endlich nicht Minuten zählen, sondern sich Zeit nehmen für die Kunden. Es ist noch mehr drin für KMU. Datenvolumen und SMS sind jetzt inklusive. 500 oder 1250 Mega inklusiv. 100 oder 250 SMS inklusiv. Perfekt für die Firmenkommunikation. Es ist noch sehr viel mehr drin für KMU. Mehr Länder in der Ländergruppe 1 und das zu einem günstigeren Tarif. Bea Bucher ist von den neuen Abos überzeugt. Die Kunden im Ausland sind nun auch kein riesiger Kostenpunkt mehr. Für KMU einfach genial. Neu ist der Stundentarif auf alle Netze. Datenvolumen und SMS sind jetzt inklusive. Mehr Länder in der Ländergruppe 1 und das zu einem günstigeren Tarif. Mehr drin für KMU.